Herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich kriege in letzter Zeit immer öfter Kommentare wie diesen hier, in dem ich gefragt werde, ey Stefan, du spielst so unfassbar viele Spiele. Wie schaffst du es, so viele Spiele in so wenig Zeit zu spielen? Denn du bist doch Vater, du dürftest doch eigentlich gar nicht genug Zeit haben für genau all diese Spiele. Und da möchte ich gerne heute mit euch drüber reden, möchte euch ein, zwei Erklärungen geben, möchte vielleicht auch ein, zwei Mythen aufklären. Und ganz wichtig, ich habe auch einen ganz, ganz wichtigen Rat für euch, den kriegt ihr am Ende. Die Leute, die mich noch nicht kennen, ja, ich bin Vater, ich habe drei wundervolle Kinder, ich habe eine Familie, ich habe nicht viel Zeit am Tag zu zocken, deswegen habe ich euch ja schon mehrfach gesagt, ist das Steam Deck für mich eigentlich der perfekte Begleiter, da ich ein Spiel im Sleep-Modus starten kann, direkt wieder ins Sleep gehen kann und deswegen auch fünf Minuten oder zehn Minuten Sessions zwischendurch einbauen kann. Aber, ja, ihr habt absolut recht, die Zeit, die ich am Tag mit Gaming verbringe, die ist natürlich limitiert. Lasst es eine Stunde sein, lasst es vielleicht anderthalb Stunden sein, aber mehr habe ich in der Regel nicht Zeit am Tag. Das ist meine maximale Zeit. Und ja, ich stelle euch auf meinem Kanal sehr, sehr viele neue Spiele vor. Ihr wisst, hauptsächlich stelle ich neue Spiele vor, hin und wieder mache ich ein Let's Play. Ihr bekommt Tutorials von mir, ihr bekommt hier und da diese, ich nenne es immer gern Erzählvideos, so wie dieses Video jetzt hier, aber der meiste Teil besteht einfach aus Spielevorstellungen. Und die Spiele, die kaufe ich mir, die Spiele installiere ich mir, die Spiele zocke ich an, nehme sie auf, zeige sie euch und dann spiele ich sie in der Regel nicht weiter. Dann landen sie auf meinem Pile of Shame, verstauben in der Bibliothek und irgendwann, wenn ich durch meine immer höher wachsende und immer weiter wachsende Bibliothek gehe, sehe ich dann ein Spiel, welches ich in der Regel schon wieder vergessen habe und denke mir, boah, cool, ja, jetzt habe ich Bock drauf, komm, jetzt spiele ich das mal, jetzt installiere ich das und gut ist. Aber in aller Regel werden die Spiele, die ich kaufe und hier anspiele, nicht weitergespielt. Warum ist das so? Sind die Spiele schlecht? Nein, auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, ich habe nur eine gewisse Zeit am Tag, die ich eben fürs Zocken aufbringen kann. Und wenn ich nun fast jeden Tag ein neues Spiel vorstelle und dieses Spiel dann auch weiterspielen möchte, dann habe ich, lasst es in der Woche fünf neue Spiele sein. Und wenn ich jedes Spiel eine halbe Stunde am Tag spielen möchte, bin ich schon auf einmal bei zweieinhalb Stunden. Und das geht einfach nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann lass es doch einfach sein, kauf dir die Dinger doch gar nicht und stell uns die gar nicht vor. Könnte ich machen, aber dann geht halt einfach ein großer Teil von diesem Kanal flöten. Denn ich muss sagen, wenn ich, oder das habe ich in der Vergangenheit gemacht, wenn ich ein Spiel gesehen habe, welches ich sehr interessant fand, dann habe ich bei YouTube geschaut, ob es, ja, ob irgendjemand dieses Spiel angespielt hat. Denn nur dann kann ich für mich entscheiden, gefällt mir der Flow von diesem Spiel. Glaube ich, dass ich daran Spaß habe. Und wenn ich einen Trailer schaue, dann ist das wie bei einem Kinofilm. Da sind in der Regel sowieso die besten Szenen zusammengeschnitten. Und dieses wirkliche Look and Feel kommt nicht wirklich rüber. Und deswegen ist es mir wichtig, die Spiele anzuspielen. Und ja, und deswegen werde ich auch weiterhin natürlich in Zukunft euch Spiele zeigen. Wie gesagt, ich habe das Steam Deck. Das ist der, sage ich mal, Hauptbestandteil aktuell auf meinem Kanal. Dann habe ich aber auch eine Xbox Series X. Die sieht man da hinten. Dann liegt hier irgendwo noch eine Nintendo Switch rum. Das heißt, ich habe drei Konsolen, wenn man jetzt das Steam Deck als Konsole bezeichnen möchte. Und diese drei Konsolen möchten natürlich auch in gewisser Weise bespielt werden. Die Nintendo Switch bekommt von mir in letzter Zeit so gut wie gar keine Spielzeit mehr. Ich habe eine Zeit lang Tears of the Kingdom gespielt, aber auch damit habe ich aufgehört. Die Xbox wird in der Regel aktuell hauptsächlich für FIFA genutzt. Jetzt bald für EA Sports FC 24. Ich bin auch super gespannt auf Starfield, welches bald rauskommt. Wobei ich jetzt schon zu 90 Prozent sagen kann, dass ich auch dieses Spiel anzocken werde. Vielleicht ein paar Stunden spielen werde. Und dann war es das auch. Ich glaube nicht, dass ich dieses Spiel durchspielen werde. Und auch da wieder als kleiner Spoiler. Das ist ein ganz großes Problem von mir meinerseits, dass ich nicht an den Spielen dranbleibe. Und dieses Problem ist einfach hausgemacht. Und einfach aus dem Grunde, da ich, wie gesagt, sehr, sehr viele Spiele kaufe. Sehr, sehr viele Spiele kommen auf mein Steam Deck, verlassen mein Steam Deck. Und ich zocke sie einfach nur an. Und es ist sehr selten, dass ich ein Spiel spiele, bei welchem ich mir denke, das muss ich unbedingt weiterspielen. Über welches ich auch nachdenke, wenn ich eben nicht spiele und wirklich diesen Drang habe, sobald ich freie Zeit habe, muss ich mein Steam Deck anmachen und muss dieses Spiel spielen. Ich spiele wirklich super viele tolle Spiele, die ich mir runterlade, die ich mir kaufe, die ich euch vorstelle. Aber gerade wenn man eine so große Bibliothek hat, reicht es für ein Spiel nicht mehr aus, einfach nur richtig, richtig gut zu sein. Sondern da muss dieses Spiel wirklich so einen gewissen Punkt an meinem Kopf ankratzen, dass ich mir denke, okay, ich denke jetzt auch in meiner freien Zeit eben genau darüber nach. Und da gibt es wenige Beispiele, beispielsweise ein Factorio habe ich zig Stunden mit verbracht. Ein Slay the Spire habe ich erst auf der Nintendo Switch, glaube ich, 40 Stunden gespielt. Dann auf meinem Smartphone 15 Stunden aktuell. Und bei Steam habe ich jetzt, glaube ich, auch nochmal 30 Stunden. Oder beispielsweise ein Wild Frost, als es rauskam. Auch ein Karten-Rugelike-Spiel habe ich in einer Woche 25 Stunden insgesamt gespielt. Also das war ein Spiel, da habe ich wirklich die ganze Zeit drüber nachgedacht, habe es gespielt, gespielt, gespielt. Und jetzt das aktuellste Beispiel ist ein Shadow Gambit The Cursed Crew. Ein unfassbar gutes Spiel. Ich habe es mir gekauft und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Aber es gibt auch ganz, ganz viele andere wirkliche Perlen, die wirklich gut sind, bei denen ich für mich dann aber sage, die sind richtig gut. Die sind sehr, sehr gut. Die kann ich euch wirklich aus vollstem Herzen empfehlen, weil das ein fantastisches Spiel ist. Aber es reicht nicht für mich, um auf meiner Daily Rotation von den Spielen zu sein, weil das braucht dann irgendwie noch ein bisschen mehr. Und das ist jetzt nicht damit gesagt, dass die Spiele dann, wie gesagt, schlecht sind. Denn nehmen wir beispielsweise mal Diablo 4 oder nehmen wir beispielsweise Baldur's Gate 3. Das sind die beiden teuersten Spiele, die ich dieses Jahr gekauft habe. Ich glaube, ich habe für Diablo 4 70 Euro bezahlt und für Baldur's Gate 3, glaube ich, 60 Euro bezahlt. Und besonders Baldur's Gate 3 ist für viele, viele Spieler einfach das beste Spiel aller Zeiten. Ja, es ist richtig gut, aber auch dort fehlt mir dieser Punkt, dass ich mir denke, ich kann an nichts anderes mehr denken. Da gibt es für mich andere Spiele. Und wie gesagt, selbst ein Faktorio, das braucht ihr von der Grafik nicht vergleichen. Das braucht ihr vom Spiel nicht vergleichen, weil es was ganz anderes ist. Aber das löst eben genau dieses Gefühl in mir aus. Und ich vergleiche das immer gerne damals mit meiner Kindheit, als ich aufgewachsen bin. Als ich Kind war, als ich Jugendlicher war, ich hatte ein Game Boy, da habe ich mir jedes Spiel für viel Geld gekauft. Ich hatte eine Super Nintendo, dort habe ich, glaube ich, 150 Mark oder 160 Mark für so eine Cartridge bezahlt. Und da hatte man natürlich noch nicht das Geld. Das heißt, da musste ich wirklich lange drauf sparen. Und da hätte ich, selbst wenn ich gewollt hätte, ich hätte mir nicht jeden Tag ein neues Spiel kaufen können. Das heißt, da habe ich einfach genauer darüber nachgedacht, ob ich mir jetzt dieses Spiel kaufe oder ob ich mir dieses Spiel nicht kaufe. Und wenn ich mich dazu entschieden habe, ein Spiel zu kaufen, dann habe ich das auch wirklich stundenlang gespielt. Stundenlang. Die einzige Ausnahme, die einzige Ausnahme aus der damaligen Zeit ist tatsächlich Resident Evil 2. Ich glaube, ich war 14 Jahre alt. Ich war hier bei mir in der Stadt. Da war so ein kleiner Game Store, wirklich so ein ganz kleiner Laden. Ich bin hingegangen, habe gesagt, sag mal, hast du Resident Evil 2? Und er meinte, ja klar, das ist doch gestern rausgekommen. Ich habe gesagt, komm, lass mal anzocken. Weil er hatte da noch eine Playstation 1, war das genau, eine Playstation 1 stehen mit einem Fernseher. Und er meinte, das kann ich dir nicht geben, das Spiel ist ab 18. Und ich meinte, komm, wir kennen uns doch, ich habe schon so viel gekauft. Dann hat er das reingelegt, ich habe es kurz angezockt. Das war unglaublich. Ich habe gesagt, das muss ich haben. Ich kaufe das jetzt. Ich glaube, ich habe auch, bin mir gar nicht sicher, ob das noch D-Mark oder Euro waren. Aber ich habe entweder, weiß ich nicht, 120 Mark oder lass es 70 Euro oder keine Ahnung. Also wirklich für den 14-jährigen Stefan unfassbar viel Geld da gelassen. Ich bin nach Hause gegangen. Ich habe es reingelegt. Ich bin bis zum Polizeipräsidium gekommen. Also ich habe vielleicht 10 Minuten maximal gespielt. Und dann hatte ich so einen Schiss vor diesem Spiel. Ich hatte so eine Angst, dass ich es ausgemacht habe. Ich habe es, glaube ich, ein halbes Jahr später nochmal probiert, aber dann nie wieder gespielt. Ich habe es nie wieder gespielt. Und daher kommt auch so ein bisschen bei mir die, ja nicht wirklich Ablehnung, aber deswegen spiele ich eigentlich nicht gerne diese Horror-Games. The Last of Us war so eine kleine Ausnahme. Das ist ja auch mit Zombies. Aber das habe ich halt hauptsächlich, ja, aufgrund der Story gespielt. Aber das einfach nur als kleine Anekdote. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich früher, als ich wirklich drüber nachdenken musste, wofür ich mein Geld ausgebe, habe ich automatisch viel differenzierter Spiele gekauft, habe automatisch viel mehr drüber nachgedacht, welche Spiele ich mir kaufe und die dann auch sehr viel mehr genossen. Irgendwann habe ich mir einen Mod-Chip eingebaut in die Playstation 1. Ich meine, ich kann es erzählen, das ist über 20 Jahre her. Das ist verjährt, gar kein Problem. Und dann habe ich angefangen, gebrannte Spiele zu spielen. Und da ging es dann tatsächlich los. Da habe ich gefühlt jeden Tag ein neues Spiel bekommen. Dann habe ich es angespielt und das war es. Und wenn ich dann an irgendeiner Stelle nicht weitergekommen bin, habe ich einfach zum nächsten Spiel gegriffen. Ich weiß noch, damals Final Fantasy VII für die Playstation 1 hatte ich original. Ich bin bei irgendeinem Bosskampf auf der Weltkarte nicht weitergekommen. Ich habe wirklich Tage, wochenlang gebraucht, um diesen Kampf zu schaffen. Dann habe ich ihn irgendwann geschafft und ich habe mich so unfassbar gut gefühlt. Das war so ein gutes Gefühl zu wissen, dass ich jetzt diesen Gegner besiegt habe. Und heutzutage würde ich das nicht mehr machen. Ganz aktuelles Beispiel. Ich habe The Witcher 3 auf meinem Steam Deck installiert. Ich hatte es schon mal drauf. Ich fand es nicht ganz so gut. Jetzt habe ich ein bisschen länger gespielt, fand es tatsächlich gut. Bin dann irgendwie mit Geralt dahergeritten. Und dann ist da irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein, wie heißen die? Also nicht so ein Untoter, sondern so ein Wassermensch oder so. Da ist er hergelaufen. Dann bin ich hingerannt. Dann kam plötzlich so ein Tooltip. Hey, bei einem super starken Kampf kannst du auch flüchten. Und dann habe ich den gerade weggedrückt. Habe einen von dem überbekommen. Zack, war tot. Und hatte mich wirklich kurz vorher gespeichert. Und habe mir gedacht, wow, was war das denn jetzt? Also es ist mir schon fast peinlich zu sagen, aber dieser Moment hat mir an dem Spiel den Spielspaß geraubt. Weil ich weiß, ich habe über 100 andere Spiele, die auf mich warten, die ich dann halt einfach stattdessen spielen kann. Und The Witcher 3 habe ich dann einfach direkt gelöscht. Ist das richtig? Nein, natürlich ist das nicht richtig. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Was möchte ich damit sagen? Dadurch, dass man sich mehr Spiele holt und auch einfach gar nicht mehr darüber nachdenkt, welche Spiele man sich wann holt. Sondern sich denkt, hey cool, da ist jetzt ein Spiel für 3,99 im Sale. Das kaufe ich mir einfach sofort. Ja, dann kauft man es sich. Aber dadurch wächst natürlich die Bibliothek automatisch an. Und heißt das jetzt, ich verpulver mein Geld und schmeiße mein Geld aus dem Fenster? Nein, auf gar keinen Fall. Ihr wisst, ich spiele sehr viele Indie-Spiele. Das heißt, die kosten sowieso in der Regel sehr viel weniger als AAA-Spiele. Aber ja, auch ein Diablo 4 oder Baldur's Gate ist als AAA-Spiel mal dazwischen. Nur, ob ich jetzt 70 Euro für ein AAA ausgebe oder ob ich mir 7 Spiele für jeweils 10 Euro hole, macht am Ende keinen Unterschied. Ich habe jeweils 70 Euro bezahlt. Aber würde ich mir nur das 70 Euro Spiel kaufen, würde ich mit Sicherheit genauer darüber nachdenken, möchte ich das wirklich haben oder nicht. Und da bin ich mir sicher, dass ich dann das 70-Stunden-Spiel länger spielen würde als jedes der einzelnen 10 Euro Spiele. Und gerade bei Diablo 4 habe ich wirklich lange darüber nachgedacht, soll ich es mir jetzt kaufen, soll ich es mir jetzt nicht kaufen. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, weil 70 Euro ist halt einfach viel Geld. Aber ich habe es mir am Ende gekauft. Und trotzdem habe ich es nicht lange gespielt. Ich werde es definitiv nachholen, weil ich weiß, das ist ein tolles Spiel. Aber auch da hatte ich eine Situation, dass ich nachts spielen wollte. Dann hatten die Server von Blizzard Probleme. Dann stand dort, ich muss 1000 Minuten warten, bis ich mich einloggen kann. Und es ging halt einfach nicht weiter. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, eigentlich für mich, ich weiß, ja, Diablo 4 ist nicht wirklich ein Singleplayer-Spiel. Aber für mich ist es ein Singleplayer-Spiel, weil ich es gerne alleine spielen möchte. Und dann darauf angewiesen zu sein, dass die Blizzard-Server laufen, hat mich in dem Moment wirklich gestört. Und deswegen habe ich mir einfach ein anderes Spiel installiert. Und was ich mir wünsche, was ich mir wirklich wünsche, immer wenn ich weiß, dass ein tolles neues Spiel rauskommt, dann wünsche ich mir, dass ich das Spiel installiere und dass ich dann automatisch dieses vorhin angesprochene Gefühl habe. Dass ich mir denke, ja, ich muss jetzt dieses Spiel unbedingt weiterspielen. Ich möchte in einem Spiel versinken. Ich möchte in einem Spiel wirklich viele Stunden verbringen. Ja, das möchte ich wirklich, auch wenn ich es nicht mache. Aber das ist etwas, das kann ich nicht steuern. Das ist ein Gefühl, ob ich das wirklich möchte oder nicht. Und diese Gefühle lassen sich nicht steuern. Ich habe versucht, Baldur's Gate 3 zu lieben. Ich wollte es wirklich lieben. Und wie gesagt, schickt mir jetzt nicht wieder tausende Hasskommentare. Baldur's Gate 3 ist ein Meisterwerk. Keine Frage. Aber für mich persönlich ist Baldur's Gate 3 zu groß. Und deswegen habe ich euch auch gesagt, dass für mich Disco Elysium das bessere RPG ist. Und auch da haben Leute drunter geschrieben, ey, das ist doch Satire. Das kann doch nicht wirklich wahr sein. Doch für mich als Spielertyp ist das natürlich so. Denn nicht jeder ist gleich. Und ich bin mir auch sehr sicher, hätte ich diesen Kanal nicht und hätte ich nicht diese vielen Spiele installiert und hätte ich generell eine viel kleinere Bibliothek, als ich sie jetzt habe, wäre die Chance größer gewesen, in Baldur's Gate 3 zu versinken. Heißt das, ich werde jetzt in Zukunft nie in Baldur's Gate 3 versinken? Nein, das heißt es natürlich nicht. Denn vielleicht habe ich irgendwann mehr Zeit zum Zocken, aber aktuell habe ich es nicht. Und ich weiß, ich kann diese Zeit nicht aufbringen. Was möchte ich euch nun damit sagen? Sollt ihr meine Videos mit den Spielevorstellungen gucken? Bitte unbedingt. Ich mache es für euch. Ich mache es, wie gesagt, nicht für mich. Denn dass wirklich eine Perle dabei ist, die ich unbedingt spielen muss, das ist eher selten. Wie gesagt, großartige, fantastische Spiele, die ich unter anderen Voraussetzungen mit Sicherheit spielen würde, aber unter den bei mir gegebenen Voraussetzungen eben nicht. Und die landen dann auf dem Pile of Shame. Also, ihr sollt natürlich meine Videos gucken und ihr sollt natürlich auch die Spiele auf die Wishlist packen. Aber ich möchte euch bitten, kauft euch nicht jedes Spiel, welches ihr bei mir seht. Ich bekomme sowieso keine Provision dafür, aber selbst wenn ich Provision bekäme, würde ich euch aus tiefem Herzen sagen, kauft nicht jedes Spiel, welches ihr bei mir seht. Denn dann wird eure Bibliothek genauso aufgebläht, genauso groß wie meine. Und es ist mit Sicherheit nicht jeder vom Spieltyp so wie ich. Vielleicht habt ihr mehr Zeit. Ihr könnt vielleicht mehr Spiele am Tag spielen. Und ihr könnt das vielleicht besser organisieren. Und ihr habt euch da vielleicht besser, ja, ich sag mal besser im Griff, dass ihr sagen könnt, okay, wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann spiele ich es auch wirklich. Aber ich kann das nicht sagen. Meine Spiele landen leider, und da ist wirklich ein ganz, ganz großes Leider, landen leider auf dem Pile of Shame. Von daher, kauft euch bitte nicht jedes Spiel, welches ihr bei mir seht. Packt es euch auf die Wunschliste, damit ihr es nicht vergesst. Ihr dürft natürlich auch eure Wunschliste dann nicht vergessen. Wartet ein Sale ab und schlagt zu, wenn ihr es dann irgendwann haben möchtet. Aber wenn ihr meine Videos guckt, vielleicht seht ihr dann auch einfach, dass hier und da auch für euch passende Perlen dabei sind. Um jetzt auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Wie spiele ich all die vielen Spiele in all der wenigen Zeit, die ich habe? Wie gesagt, gar nicht. Ich stelle euch viel vor, ich spiele viel an. Aber dieses wirkliche Spielen, das mache ich nur mit einer kleinen ausgewählten Zahl von Spielen. Freunde, mich würde wirklich, wirklich, wirklich interessieren, wie ihr zu dem Thema steht. Weil wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Es kann sein, dass ihr da komplett anders drüber denkt. Es kann sein, dass ihr sagt, ja, egal, ich will haben, 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 besser haben als brauchen. Und ich habe sowieso acht Stunden Zeit am Tag zu spielen. Wie handhabt ihr das? Wie viele Spiele kauft ihr euch gefühlt im Monat? Wie viel Geld gebt ihr im Monat für die Spiele aus? Und wie handhabt ihr dann? Spielt ihr auch wirklich jedes Spiel an? Oder sagt ihr auch, erstmal Hauptsache haben kommt auf den Pile of Shame und fertig? Aber wie gesagt, liebe Freunde, lasst mich eure Meinung dazu wissen. Auch wenn ihr noch weitere Fragen habt, stellt mir eure Fragen. Ich beantworte euch gerne jegliche Frage im Kommentar. Ich freue mich da auf eine rege Diskussion. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.